Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Leute. Es geht drunter und drüber bei unserem FC Hansa nach dem Abstieg in die dritte Liga. Weiß keiner so recht, was jetzt passiert. Ich habe mir gerade die Pressekonferenz vom Aufsichtsrat angeschaut und bin irgendwie nicht schlauer geworden. Strukturell wollen wir uns verbessern und es soll einen kompletten Neuanfang geben, wo ich viele Fragezeichen habe. Die erste Konsequenz ist, dass Vorstandschef Robert Marien freigestellt wurde seit 2016 in diesem Amt und uns finanziell stabilisiert. Das muss man ihm auf jeden Fall zugute halten. Im Winter nahm er sich eine gesundheitliche Auszeit. Ich vermisse die alten Zeiten, wo wir dieses Trio mit Piekenhagen, Hertel und Marien hatten. Auch wenn sie sich untereinander nicht immer bestens verstanden haben, war es doch ruhiger denn je bei unserem FC Hansa. Sie haben uns aus der Drittklassigkeit geführt. Neun Jahre lang dritte Liga. Alleine das muss man anerkennen. Natürlich wurden viele falsche Entscheidungen getroffen in letzter Zeit. Sportdirektor Christian Walter nicht die beste Entscheidung gewesen. Trainerentscheidungen kann man drüber streiten. Aber er war immer einer, der sich mit Hansa voll identifizieren konnte. Obwohl, wenn man den Zeitungen glauben mag, soll es sogar einen kleinen Rechtsstreit geben, um eine mögliche Abfindung, die im sechsstelligen Bereich liegt. Der Abgang hat auf jeden Fall einen faden Beigeschmack. Man kann sich drüber streiten, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Trotzdem alles Gute, gesundheitlich nur das Beste. Jetzt wird Wählend vorerst übernehmen bis September. Dann wird man weiterschauen. Ein mulmiges Gefühl ist bei mir schon dabei. Alleine, weil er sich in letzter Zeit widersprach. Zuerst hieß es, eine positive Entwicklung ist zu erkennen. Will am Trainer festhalten. Und jetzt wiederum will er einen kompletten Neuaufbau. Er kann uns gerne eines Besseren belehren und seinen Worten, Taten folgen lassen. Dass jetzt alles irgendwie auseinanderbricht, schmerzt extrem. Und wir Fans, ja, keine Ahnung, können wieder nur zuschauen. Aus diesem Grund wäre es, denke ich, angebracht, eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden zu lassen. Momentan fühlt man sich ehrlicherweise verarscht. Des Weiteren wurde angekündigt, dass man sich auf jeden Fall in der Kaderplanung neu aufstellt. Kaderplaner Meinhard wurde ebenfalls von seinen Aufgaben entbunden. Genau die richtige Entscheidung kann ich nur begrüßen. In den letzten Jahren ging nicht viel zusammen. Man wird in nächster Zeit einen neuen Chefscout vorstellen. Die Kaderplanung soll auf verschiedene Schultern verteilt werden. Trainerentscheidungen und neue Transfers. Eins ist klar, man sollte als Absteiger der 2. Liga alles daran setzen, direkt wieder aufzusteigen. Mission Wiederaufstieg. Gerüchten zufolge soll unser FC Hansa mit einem Rekordetat in diese Drittligasaison gehen. Deswegen würde ich jetzt auf Biegen und Brechen alles in den neuen Kader investieren. So gut es geht, was man eben in den letzten Jahren eingespart hat. Damit man halt nicht neun Jahre rumdümpeln muss. Dann wiederum höre ich, dass man an allen Ecken und Enden sparen will. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Ich bin gespannt, wie Amir Shapurzadeh das Ganze angehen möchte. Zusammen mit dem neuen Chefscout. Die beiden werden nächste Woche vorgestellt. Kommen wir wieder zu dem Punkt Neuanfang. Wenn ich höre, dass WLAND und auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat überlegt wird, an Selim Begovic festzuhalten, dann kann einem Angst und Bange werden. Also sechs Niederlagen hintereinander. Der schwächste Punkteschnitt aller Hansa-Trainer reiht sich mit Glöckner und Dieter Eils ein. Für mich hat er keine Zukunft hier bei unserem FC Hansa. Was nützt das Spielerische, wenn du eben keine Punkte holst und über ein halbes Jahr eine zerrüttete Mannschaft hinterlässt? Natürlich trägt er nicht zu 100% die Schuld und kann nichts für die Kaderzusammenstellung. Aber dass jeder dann auf einmal nur noch für sich gespielt hat, muss man ganz klar dem Trainer ankreiden. So sehe ich das. Und die letzten Pressekonferenzen haben mir auch eigentlich gezeigt, dass das Feuer erloschen ist. Dementsprechend, wenn ein Neuanfang, dann bitte richtig. Kann jeder anders sehen. Ich bin für einen neuen Trainer. Es gibt viele auf dem Markt, die interessant sind. Nur mal, um welche in den Raum zu werfen. Markus Anfang wäre eine Option. Eigentlich auch ein stabiler. Jens Hertel, ob man Aufgewärmtes wieder zurückholen möchte, ist die Frage. Oder ein Steffen Baumgart soll ja auch kurz vor der Entlassung stehen beim HSV. Ob Trainer Selim Bergovic mit in die dritte Liga geht, wird sich morgen oder übermorgen zeigen. Bitte seid klar im Kopf und tut das Richtige für uns alle. Schreibt eure Meinung zu dem Ganzen gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Aber wenn das so weitergeht und sich nichts ändert, auch in der Führungsetage, dann geht es mit voller Kraft in Liga 4. Dass es nicht einfach wird, sieht man an Arminia Bielefeld mit dem direkten Wiederaufstieg. Wir können nur hoffen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung rein, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.